Das haben sicherlich die wenigsten mitbekommen. Baerbock hat monatelang einfach nur zugeschaut. Es geht um strengere Sicherheitsüberprüfungen von eingewanderten Afghanen. Auch dort ist tatsächlich Unglaubliches passiert. Also wenn ich dir dieses Video gerade präsentiere, dann wirst du danach einfach den Verstand verlieren. Wenn du die Argumente von Baerbock hörst, von einer Nancy Fazer, also wir starten direkt rein. Und im Gegenteil zu einer geordneten Einwanderung, im Gegenteil zu einer gesitteten bzw. sicherheitsorientierten Einwanderung, vor allen Dingen auch, dass es die trifft, die es am meisten notwendig haben, also die Gefährdeten oder die wirklich in Angst und Bange leben müssen, dass ihnen das Leben sozusagen bedroht wird, geht es hier tatsächlich mal wieder in eine vollkommen falsche Richtung. Und zwar wird hier gleich auch als erstes festgemacht, Baerbock hat Sicherheitsbedenken gegen ihre Aufnahmeprogramme für Afghanen monatelang nicht ernst genommen. Vielleicht kennst du die Nachricht, dass Scharia-Richter oder teilweise wirklich sehr radikale Menschen in das Land gekommen sind, teilweise mit abstrusesten Storys, teilweise mit gefälschten Pässen, mit Personalausweisen, anhand derer sie sich älter gemacht haben oder jünger gemacht haben, je nachdem, wie es eben gerade gepasst hat. Teilweise haben sie sich unter falscher Identität ausgegeben. Und während die ausländischen Behörden das Ganze ganz klar als Rechtsmissbrauch tituliert haben, haben sich Politiker wie Baerbock dafür eingesetzt, dass diese Menschen eben doch ins Land dürfen, weil sie sonst rechtliche umstrittene Prozesse davor Angst hatten. Und interessant ist vor allen Dingen auch, dass wir mittlerweile ein neues Gesetz haben für die Einbürgerung in unserem Land. Und dieses Gesetz, und das fand ich sehr interessant, ist weniger darauf interessiert oder darauf ausgelegt, dass die Rechte der schon immer hier Lebenden gewahrt werden, sondern es sollen vor allen Dingen die Rechte gestärkt werden, die erst eben seit kurzem in unser Land getreten sind, beziehungsweise noch kommen werden. Also Deutschland macht wieder die Pforten auf, wir sind wieder das Auffangbecken. Und nicht falsch verstehen, und das ist in dieser Diskussion ja schon 2014, 15, 16 der Fall gewesen, als es eben die erste Flüchtlingsthematik gab. Wenn ich eben sowas formuliert habe, wo wurde man reingesteckt? Richtig, man wurde sofort in die Rassismus-Schublade gelegt. Und wie kann man nur sowas behaupten? Diese Bürger, die flüchten vor der Not, jetzt nicht aufzunehmen. Also das ist ja wirklich abartig. Das Problem ist nur, wer kommt denn dort ins Land? Natürlich die einen, die wirklich vor einer Notsituation flüchten, und die anderen, die aus wirtschaftlichen Aspekten, oder eben, weil sie gerade Lust und Laune haben, nach Deutschland kommen. Weil wenn die Rechte von denen, die in unserem Land gestärkt werden, dann kriegen sie natürlich auch Arbeitslosengeld, dann kriegen sie Unterstützung, dann kriegen sie natürlich alle Vorteile, sogar auch die Nachricht, dass teilweise Ukrainer, die nach Deutschland geflüchtet sind, teilweise deutsche Rentenansprüche haben. Auch das ist mittlerweile nicht mehr von der Hand abzuweisen. Macht uns persönlich sehr, sehr wütend. Auch gerade auch die Ungerechtigkeit, wir haben ein Video dazu gemacht, auch das haben die wenigsten mitbekommen, dass teilweise Wohnungen von Deutschen, die schon immer dort gelebt haben, gekündigt worden sind. Und jetzt mit der Begründung, man bräuchte diesen Platz doch bitte für geflüchtete Ukrainer oder geflüchtete Personen. Und wir wollen hier keine Hetze betreiben. Wir wollen hier nicht sagen, ach, der hat es jetzt verdient, eine Wohnung zu haben, eine warme Wohnung, der nicht. Aber alleine, dass man diesen Schritt geht, und dass sich dann der Faktenchecker in den Mainstream-Medien hinstellt und sagt, ja, Moment, so schlimm ist es doch ja gar nicht. Die Wohnungen wurden ja bis jetzt noch nicht rechtswirksam gekündigt. Dann fehlen mir einfach die Worte. Also nach dem Motto, du bist auf dem Weg zur Todesstrafe, und dann stellt sich einer hin, ja, so schlimm ist es doch noch nicht. Du wurdest doch noch nicht umgebracht. Also so ähnlich argumentieren momentan diverse Faktenchecker. Und dabei ist die Realität eben, ja, faktisch haben sie das Schreiben bekommen. Diese Kündigung kann rechtswirksam sein. Und jetzt auch ganz ehrlich, die müssen teilweise Monate, Jahre lang sich jetzt rumklagen mit der Stadt, mit der Gemeinde. Auch dazu findest du das entsprechende Video hier auf unserem Kanal. Auch auf unserem Zweitkanal. Die Wahrheit werden wir davon immer noch wieder berichten, was da rauskommen wird. Und jetzt kommt's. Diese Reform ist wieder mal ein Beweis dafür, dass es anscheinend, Frau Baerbock, nicht darum geht, wie es den einzelnen Bürgern in unserem Land geht, die hier eben schon Jahrzehnte in die Rentenkasse einbezahlen, die Pflege, die Krankenhäuser mitfinanzieren, mit Steuergeldern die Infrastruktur aufbauen. Und das macht einen wütend. Und man muss immer wieder auch dazu sagen, wir reden hier nicht über die in Not geratenen Menschen. Denen sollte man natürlich helfen. Aber auch da muss man sich immer wieder fragen, was sind denn die Ursachen? Warum sind die denn in Not geraten? Oftmals, weil irgendwelche Amerikaner meinen, in Länder einreisen zu müssen, wo sie denn für Frieden sorgen. Auch Afghanistan war ja das beste Beispiel. Da hat ja nichts funktioniert. Das war ein Debakel, was selbst die Bundeswehr zugibt, dass das einfach für die Katze war. Und jetzt haben wir eben den Salat, dass dort eben einige in unser Land auch fliehen müssen, weil natürlich dort auch teilweise noch Mord und Totschlag einfach vorherrscht. Also auch hier gibt es jetzt natürlich auch wieder einen interessanten Passus in diesem Artikel. Alte Grundsätze, selbst wenn sie durch Recht und Gesetz vorgeschrieben sind, werden vernachlässigt, solange bis auch der Buchstabe des Gesetzes passend gemacht wurde. Das ist nun geschehen. Und was Faser, und jetzt wird es heftig, noch dazu einfiel, ist, dass wer unsere Werte nicht teilt, auch nicht Deutscher werden kann. Rassismus, Antisemitismus oder jede Form von Menschenfeindlichkeit steht einer Einbürgerung entgegen. Da gibt es keinerlei Toleranz. Es klingt wie eine dezente Ermahnung an alle, nicht weiter an der Ministerin und ihrem Gesetzesentwurf zu zweifeln. Nach dem Motto, wer meinen Plan nicht unterstützt, ist automatisch diskriminierend, menschenfeindlich und racist. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Argumentation. Sie argumentiert nicht für ihr Projekt, sondern sie sagt, alle, die dagegen sind, haben eine falsche Meinung oder sind menschenfeindlich. Und das kann einfach an dieser Stelle nicht sein, dass wir uns so abspeisen lassen. Auch Annalena Baerbock hat meiner Meinung nach einige Fehler getan. Also hier wird beispielsweise die Geschichte von diesem Mohammed Ali G. Trotz falschem Pass soll er in Deutschland einreisen. An seiner Identität bestünde eigentlich kein Zweifel. Falscher Pass hin oder her. So heißt es tatsächlich im saloppen Ton von unseren Politikern. Die Außenamtsmitarbeiter in Pakistan sahen das völlig anders, logischerweise. Er habe die Botschaft vorsätzlich getäuscht. Zweifel gab es auch an seinem Alter. Also an allen Dingen. Er hat sogar keinen afghanischen Dialekt gehabt. Er hat teure westliche Kleidung getragen. Und das ist ja kein Einzelfall. Ich will wirklich nicht wissen, wie viele Menschen hier ohne einen gültigen Pass beziehungsweise ohne, dass sie darauf einen Rechtsanspruch haben, hier in unser Land eingereist sind. Und das macht mir persönlich doch auch Sorge. Und es geht, wie gesagt, nicht um diejenigen, die hier notgeraten sind, sondern es geht um die, wenn dieser Fall hier beispielsweise stimmen sollte, wie dieser Moa-Matt, der tatsächlich sich irgendwas erschleicht. Geh doch mal tatsächlich in solche Länder als Deutscher und lass dich dort einbürgern. Also da musst du mindestens mal einen Test machen. Da wirst du gescreent. Wahrscheinlich wirst du rausgeworfen, weil sowas überhaupt nicht funktionieren würde auf die Schnelle. Und hier in Deutschland macht man die Pforten auf für die, die eben unberechtigterweise sich hier bereichern wollen. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur schäbig. Deswegen unbedingt teilen, damit Frau Baerbock nicht mehr wiedergewählt wird. Das ist mittlerweile mit die wichtigste Sache und Unterstützung für die Videos hier auf dem Kanal. Umso mehr Videos du unterstützt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass die Grünen wiedergewählt werden. Weil ganz ehrlich, das können wir uns nicht mehr erlauben. Und das können wir uns nicht mehr erlauben.